Hallo und herzlich willkommen hier erneut bei FüchseTV. Wenige Tage, wenige Stunden und dann gibt es hier das Hockey-Outdoor-Trippel in Klingenthal und meine heutige Gesprächspartnerin ist Denise Krug. Die ist in Doppelfunktion heute bei mir, einmal als Pressesprecherin der DEL2 und außerdem als Mitarbeiterin bei der Sportwerk GmbH, die ja hier der Veranstalter ist. Hallo Denise. Hallo Frank, schön dich mal so kennenzulernen. Ich freue mich auch. Jetzt ist, dass wir natürlich hier draußen im Kalten stehen, das sollte für Eissport nicht jetzt das Außergewöhnliche sein, aber dieser Veranstaltungsort selbst, der hat es in sich. Jetzt sag mir doch mal, wer ist auf diese verrückte Idee gekommen, in der Auslaufzone einer Skisprung-Arena Eishockey spielen zu wollen? Ich glaube, die ersten Ideen fanden schon vor zehn Jahren statt und es ist am Ende ein Mix aus ganz vielen verschiedenen Personen, die auf die Idee gekommen sind. Es wurde ja auch der Ruf laut von den Fans, die Infrastrukturen des Stadions auch bei einem Event geben, weil wir sind ein Fußballstadion, ist trotzdem ein Stadion, mal zu verlassen. Aber wohin soll man gehen mit ohne vorhandenen Infrastrukturen? Irgendwann kam dann mal jemand auf die Idee, warum nicht einer eine Skisprung-Schanze? Der Auslauf macht es her. Es gibt Skisprung-Anlagen in Europa, wo das im Sommer auch anders genutzt wird und insofern Idee geboren. Man muss dann noch die Personen finden, die das machen und dann kann es losgehen. Und man muss in dem Fall von diesem Jahr auch die Mannschaften finden, denn ihr macht ja ein Hockey-Outdoor-Triple draus. Also sechs Mannschaften, drei Partien, drei Spieltage. Da ist ordentlich Musik dahinter. Haben alle Mannschaften eigentlich sofort Hurra geschrien, als ihr angefragt habt? Ja, ich glaube, wir könnten uns von Mannschaften da gar nicht retten. Es ist immer was Besonderes. Es ist ein Ereignis und es ist ein Spektakel, ein Event-Game zu erleben und vor allen Dingen auch mitzumachen. Es ist immer schön für Fans, aber es ist natürlich auch richtig toll, auf dem Eis zu stehen, mitzumachen, das Erlebnis zu spüren und da braucht man niemanden überreden. Im Gegenteil. So und als Eishockey-Fan und als Füchse-Fan natürlich auch, schlägt das Herz extrem hoch, wenn man hört, hey, das dritte Mal insgesamt zu DEL-2-Zeiten, die Lausitzer Füchse beim Outdoor-Game dabei. In diesem Jahr ganz neu, zwei tschechische Mannschaften. Wer kam auf die Idee, unser Nachbarland dort mit einzubeziehen? Ganz neu ist es nicht. Es fand schon mal ein tschechischer Spiel statt 2020, auch mit der Füchse-Beteiligung und im Vorfeld waren Litvinov und Prag mit dabei. Deswegen ist es nicht ganz neu, aber es sind jetzt neue tschechische Klubs. Mit Karsbad und Pilsen haben wir wieder die Extra-Liga da. Extra-Liga ist eine sehr spannende Liga und ist 40 Kilometer entfernt von Klingenthal. Das spricht für sich. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Eigentlichen, zu dieser Arena. Also das, was wir heute sehen. Wir sind ja kurz vor dem Finale, wenn das Eis jetzt aufgebracht wird, wenn danach die Banden aufgebaut werden können. Wann habt ihr angefangen, das für diesen Austragungsort zu planen und umzusetzen? Gib mal so einen kleinen Zeitstrahl. Die Planungen waren schon vor einem Jahr. Man muss ja ein bisschen, man muss schauen, ist es machbar, was braucht man dafür alles? Wie gesagt, die Infrastrukturen sind anders. Also die ersten Planungen fanden vor einem Jahr statt. Aber das ist natürlich alles sehr technisch und ja, sehr grob. Dann ging es dann natürlich weiter, als es dann fest stand. Die DL2 macht das mit und die Tschechen sind mit dabei. Da muss man natürlich das alles intensivieren. Und das war dann vor allen Dingen im Sommer auf Hochtouren. Und jetzt hier vor Ort in Klingenthal, ja die letzten Monate. Ich würde sagen, ab November, Dezember wurde es immer intensiver und der Januar, Februar ist natürlich die intensivsten Monate. Also an sich seit vier Monaten wird hier schon so ein bisschen rumgewerkelt. Jetzt haben wir ja in den Bildern der letzten Tage gesehen, war ja noch der große Sandkasten hier gewesen. Mit Schäppchen nicht gerade, aber mit großen Maschinen ist das Ganze dann breitgemacht worden. Hast du vielleicht noch so ein paar Zahlen, wie viel Kubikmeter oder Tonnen Sand hier verarbeitet werden, wie viel Fläche jetzt hier aufgebracht wird? Und wenn wir bei der Fläche sind, fällt mir noch eins ein, die Hockeyspieler müssen in diesem Jahr hier gar nicht so weit laufen. Nein, wir haben NHL-Maß. Wir haben 60 x 26 Zentimeter, Quatsch, Zentimeter, was erzähle ich? Meter. Und es ist NHL-Maß und es ist ein bisschen kürzer. Ja, aber damit sollten die Spieler zurechtkommen. Das ist nicht das Problem. Und Tonnen Sand sind hier tatsächlich über 400 Tonnen Sand verarbeitet. Gibt es hier in Kiesberg um die Ecke oder bringt ihr das von sonst wo? Wir haben das von der VSTR Rodewig machen lassen. Das ist ein lokaler Anbieter und auch mit der ISS GmbH, die das Eis machen und Liga-Sponsor sind, ist es auch ein lokaler Partner. Sie haben zwar einen Sitz in Frankfurt, aber eine Außenstelle in Burna, in Leipzig. Wird vielleicht danach als Buddelkastensand für die Vogtländer hier oben verkauft? Lassen wir uns einfach überraschen. Denise, was erwartet denn die Zuschauer hier an diesen drei Tagen ab Freitag? Eishockey pur. So würde ich es gerne beschreiben wollen. Es ist unter freiem Himmel. Man ist jedem Wetter ausgesetzt, aber auch das macht es ein bisschen aus. Man steht dann schön dicht zusammen, falls es ein bisschen kälter ist. Also es friert dann keiner und es werden drei absolut spannende Spiele. Jede Mannschaft wird ihr Bestes geben und wann hat man mal wieder die Chance, in einem Schanzenauslauf Eishockey zu erleben. Ich glaube fast nie. Davon gehe ich auf jeden Fall aus. Es sei denn, es ist so gut, dass ihr von Sportwerk sagt, hey, das ziehen wir nächstes Jahr gleich nochmal hinten dran. Aber da lassen wir uns überraschen, was dabei rauskommt. So und jetzt sehen wir ja ständig hier irgendwelche Menschen, die mit dem Aufbau zu tun haben. Hier im linken Bereich wird die VIP-Tribüne noch aufgebaut. Der rechte Bereich, das ist das ursprüngliche und die Weißwasseraner oder viele von den Weißwasseranen, die kennen diese Traversen noch aus dem Olympique-Eistadion. Hatten wir also bei uns auch gehabt. Mal schön so was wieder zu sehen. Ab und zu mal so eine Eisene Stange dort dazwischen, wo sich vielleicht zehn von tausend Leuten aufstützen können. Wie viele Menschen insgesamt haben denn jetzt hier mit dem Aufbau zu tun? Insgesamt, es werden immer Tag für Tag mehr. Es sind ja sehr viele Gewerke, du hast schon gesagt, Eisaufbaus, Sandgrube, die sind dann weg, dann kommt der Eisaufbau. Jetzt bauen wir die Tribüne auf. Und dann gibt es natürlich auch an dem Event selbst noch viel Personal vom Catering über alles. Jetzt würde ich sagen, sind ungefähr um die 15 bis 20 Leute da, aber das wird natürlich peu a peu mehr. Wir sehen jetzt hier die Masten für die Beleuchtungsanlagen, die also zusätzlich noch mit hergebracht wurden. Sind die mit dem Kran eingeflogen oder mit dem Hubschrauber? Mit dem Kran. Mit dem Kran. Das war schweres Geschütz und dann haben wir die dann in das Eis aufgebaut und jetzt kommen dann die Eisschicht dann drüber und es gab dann noch mutige Leute, die dann hochgeklettert sind und die wird es auch noch mal geben, damit dann auch Ton und Licht installiert werden können. Dankeschön für diese vielen vielen Informationen und Denise, wenn du jetzt für das Wochenende für dieses Hockey-Outdoor-Triple drei Wünsche frei hättest, was wären die? Tolle Spiele, viele Fans und jede Menge schöne Eindrücke. Dann schließe ich mich dort gerne an und wir freuen uns gemeinsam auf dieses Wochenende.